KRONE HIT. Wir sind die meiste Musik. Willkommen bei unserem Desperate Housewives Verpassed Service. Neu, wir haben unsere Drehtone jetzt auch abgesperrt, damit diese Dreharbeiten, die ja am Weg zum Oscar sind, nicht von irgendwelchen Typen gestört werden. Folge der Szene. Ganz neu, auch Commander Leon wieder mal mit dabei. Servus, grüß euch. Du bist unsere Tochter und du fühlst dich hässlich, was man ja kaum verstehen kann. Und du hast Make-up aus der Schule und wir stellen dich zur Rede. Warum du Lippenstift hast? Vielleicht sollte man noch sagen, wer wir sind. Du bist Carlos, deine Lieblingsrolle. Ich bin wieder mal Gabi und wir wollen die Sorgen unserer Tochter in einem gemeinsamen Gespräch lösen. Du bist ein hübsches kleines Kind. Make-up überdeckt deine Schönheit doch nur. Dein Papa hat vollkommen recht. Du brauchst das nicht. Und wieso hast du es dann drauf die ganze Zeit? Ich habe eh kaum. Also erstens bin ich schon erwachsen und zweitens habe ich kaum was drauf. Ich bitte dich, Gabi, bleib wenigstens von unserer Tochter bei der Wahrheit. Was ist das Schuldige? Du darfst bei Daddy's Fire hübsch aussehen und ich nicht. Ich habe eine super Idee. Was machen wir, wenn keiner von euch beiden Make-up trägt beim Dinner? Das ist so wahnsinnig. Was heißt, ich kann doch nicht hässlich auf deine Dinnerparty gehen. Habe ich doch überhaupt nicht vor, dass ich ohne Make-up dort auftrete. Ich meine, das ist doch ein wunderbarer Moment, um mal deiner Tochter zu zeigen, dass es Schönheit abseits der Oberfläche gibt. Ja, wenn du wüsstest, was abseits der Oberfläche darunter ist, dann würdest du solche Dinge nicht sagen. Gabi, deine Tochter hat Kummer. Liebst du sie nicht genug, um einen Abend lang auf deine Eitelkeit zu verzichten? Entschuldige, ich bin 20 Stunden in den Wehen gelegen wegen diesem Kind. Ja, das war Liebe genug, die ich ihr gezeigt habe. Ich schaue sie jetzt vor allem an. Ich habe keinen Text mehr. Von mir aus. Ich werde das ultimative Opfer für meine Tochter bringen und hässlich sein. Aber wenn sie jemals eine Niere brauchen sollte, brauchst du nicht mit mir rechnen. Das war unser heutiges Desperate Housewives-Verpasst-Service. Text sicher wie immer, Kommander Leon in einer großen Rolle. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nächste Folge, nächste Woche. Wir sind die meiste Musik. Die besten neuen Hits. Gemixt mit den Krone Hit Greatest Hits. Krone Hit.